Sie mit kleiner Tipp nehmen ich mal nicht so mit so vielen Leuten auf alle reden durcheinander Nieders so lustig ich schlafe sehr lustig und und ich mache dann und dann ich weiß nicht das sind nicht wie die Leute lachen Prozent ich verlasse es sie mir nicht mit der anderen weil ich meine und die zehn ja mach mal okay die und war das für eine Lache Ok. Da muss ja sogar ich mal lachen. Das ist von der König der Aften, Alter. Syntastischen Tag, Leute. Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Ace of Spades. Diesmal dabei sind meine lieben Freunde und ich. Behinderung, Alter 3.9. Und ja, wir spielen, ja, ja, schlägt erst mal so ein bisschen. Mir ist aufgefallen, mit der Waffe kann ich so schlecht schießen, weil da einfach diese schlecht ausgeschnittenen Arme im Weg sind. Simi, ich will dich von hinten rannehmen. Ja, ok. Simi? Ja. Sagt mal dein Abonnenten. Sie sollen mich abonnieren! Dich? Geil, ja. Nee. Das ist so geil. Wie heißt du denn? DPSFX. Das hat niemand verstanden, aber abonniert ihn! Ich sag's nochmal ganz deutlich. Alter, diese Map, ne? Ich hab die schon so oft gespielt. Irgendwann kann ich die nicht mehr sehen. Und immer dieses lila Pink. Ja, wirst du blöde. Ich bin, ich bin, ich bin grad, ich bin grad so schlecht. Aber Simi? Ja? Boah, der hat mich jetzt auf ein paar gezielt, Alter. Alter, diese Waffe! Diese schlecht ausgeschnittenen Hände! Davor die... Oh, ey! Er öffnet sich ne Tür. Wo bist du? Wo bist du, Simi? Ich schlag dich von hinten! Ey! Hallo! Komm her, Simi! Wir sind in dem Team und da wird nicht geschlagen. Weiß! Trotzdem schlag ich dich! Pump Team Grün! Komm auf die Seite des Weeds! Na! 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 Da! 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 Oh, da! Es wird nichts passiert. Rahwar 2020 dort war. Katzin, Katzin! Nein, gestorben! Oh, man eh. Ich hab nur gar keinen Punkt. Nein, ich hab schon einen Punkt. Da hab ich den! Oh-ohh-, nach wie fühl ich mich schlecht! Aber gleichzeitig guckt weil ich extrem europa. Außgeldern und wenigsten Volleske Rede activities перев Status und dieienza bestreiten ist wohl geschnitten. da bin ich ja nicht solle wie es geht mit volles Bildungs ich habe ein schöner Mann ich kann auch weiter gestorben auf und ich bin der König und ich habe sie getötet habe ich ihn getötet in der Lieblingsbrüche Oman ich glaube ich ändere die Waffe die ich sehe da sind die Hände so groß als er Eiser. Bam, ein Kill. Okay, die ist schon besser. Ja, du hast mich gekillt. Bam, Doppelkill. Bam. Hab ich ihn getötet? Ich hab euch genudelt. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn. Tatsache. Hab ich ihn getötet, hab ich ihn. Ich hab auch genudelt von denen gekillt. Es ist ein Erfolg, Erfolg, LLL, Erlebnis. LLL, Erlebnis. Oh, wie schnell ist er? Oh, ich bin tot. Scheiße. Haben wir es einfach nach oben vorlegt? Ja. Leute, ich bin am überlegen, wie viele Folgen ich eigentlich noch von dem Spiel mache. Aber ich denke mal, wir sind jetzt... Sieben! Das ist jetzt die Folge 92. Ich weiß nicht, ob ich bei 100 aufhöre oder ob ich das noch weitermachen will. Ich wollte gerade einfach über die Klippe überspringen. Ich bin einfach irgendwie in die Fresse gesprungen hat in den Headshot. Sieben, ich spiele mit mehr nach 100 Survival Games. What do you say? Ich spiele das nach Survival Games auf 3, 5, 6er Team. Alter, ich hasse das ja nicht. Das gehört jetzt mal überhaupt überhaupt gar nicht rein, weil da irgendwie Minecraft um egal. Ja. Aber, Alter, immer diese Teams, ne? Ey, das ist nur alle, äh, überall. Ich spon kann. Ey, sieh mir das mal nach dem Ace of Space jetzt Play, ne, ne, richtig langes Zwei-Games-Reihe mit mir machen. Ne, wir können vielleicht Simi-Craft aufnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Was aufkleben, was? Ja, Simi-Craft. Ja, Simi-Craft. Komm, wer fährst du mir davon nicht? Hö, was ist denn jetzt kaputt? 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 Ja, Leute, da bin ich wieder. Und Nudel. 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 Ey, Simi. Du wolltest irgendwas mit der Abstimmung sagen. Ja, hab ich auch gesagt. Ja, ja. Kannst du doch einfach abstimmen, ob 100 Folgen oder weiter? Ja, okay, aber die meisten wollen dann nicht. Ich weiß es nicht. Mach 100,1 Folgen, dann sind die alle zufrieden. 101 Folgen mache ich dann, mal gucken. Ne, 99,1. Ne, 101, 101 ist meine Lieblingszahl. 101 ist meine Lieblingszahl. Da war Disconnect. Ey, Simi. In mir aber mal zu, du machst 100 Folgen, äh, Let's Play von Aspost, äh, Is from Space in die 100, die 100, die 100 erste Folge, da sagst du nur, dass du aufhörst. Das geht trotzdem mal zu 100 erste Folge. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen schon mal drin, aber. Ja, bei mir lädt er nicht mehr. Oh, ey. Was haltet ihr eigentlich, was haltet ihr eigentlich von den Teams bei Minecraft? Von einem neuen Mann an der Schweine. Ich geh jetzt mal grün. Ach, die Map changed? Ja. Ja, kann sein. Ja, bei mir lädt er nicht mehr. Ja, nochmal Homeway, nur neu. Geil. Oh, ey, immer diese Map, ne, Alter, bei mir steht hier schon aus dem Hals raus. Komm, wir bauen einen Bunker. Einen Vorabunker, ja. Oh, aber mir lädt er nicht, Leute, ich mach hier nochmal einen kurzen Cut, Cut und dann kack und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir haben jetzt die Map geändert, beziehungsweise den Server, weil der ging einfach nicht mehr, komischerweise. Warum, warum? Und ich hab grad ne Zielvorrichtung von nem SMG. Ne, ne, ich hab ne Schrottflinte, ne, ich hab ne Schrottflinte, ne, ich hab ne Schrottflinte, ich hab ne Schrottflinte, ne, ich hab ne Schrottflinte, und die hat ne Zielvorrichtung von nem SMG, aber voll geil. Simi, kleiner Tipp, nehm dich mal nicht mit so vielen Leuten auf, alle reden durcheinander. Nee, das ist so lustig. Ja, ich glaubte, nein. Sehr lustig, und ich mach dir eine Notbange. Hörst du nicht, hörst du nicht, wie die Leute lachen? Ich bin lustig. Simi, und ich mach dir eine Notbange, weil ich mal noch einen PC habe. Ja, mach mal, okay. Was war das für eine Lache, ey? Der muss, der muss ja sogar ich mal lachen. Das war der König der Arten, Alter. Ich stell mir gerade vor, da ist so ein kleiner Gollum, und der lacht so. Alter, das ist ja so, irgendwie mal irgendein Arten vergewaltigt. Ich find ja, ich find ja, ey, wo ich das einmal bei GLP gehört hab, ne? Dieses, tut er mich. Ich hab so den Lachkrampf gekriegt. Ich hab so den Lachkrampf gekriegt. Geh, geh, geh Pace, geh Pace, geh Pace, geh Pace, geh Pace. Ich mach's zusammen, den Lachkrach. Tote mich! Ich will nicht mehr Leben töter usw. Was wirst du, Jimmy? Alter! Molly-Toff-Cock, der muss sich werfen. Molly-Toff! 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 Mannschaft kaputt Prozent und wir machen mal die Junge der erste Teil langweilig die Folge und jetzt kriegen wir nach Kampf ein nach dem anderen für uns und kann ab bei uns bei uns so ein Städtchen er ist nicht möglich ja durch mich bei mir abkündigt hier hat mich getötet laufung ist nach oben als Nota hat sich gerade getötet alter Kira hat Kira aber nützt das Video siehst ich bin sehr enttäuscht von dir wie heißt sie Kira Kira weil sie zufällig beweise bei einem mein Michi Server Team auch das weiß ich nicht ich merke mir die also ich merke mir jetzt nicht ob ne Kira da oder da war weil sie denn ihr Minecraft nahm weil ich kenne auch ne Kira deine Freundin war nein ich meine Freundin was schon ne äh er kommt man den Schadustausst und dass du auf irgendeinem Server bist dann einfach die IP davon und dann kommen alle Leute Prozent der Wettbewerb ich habe ich ja das deutsche Jugendwort 2013 das ist ja das habe ich habe ich ja Bapu alle also und letztlich wenig ich will nicht wissen wie viele Ecke die Leute irgendwie oder wie viele 13-jährige Kinder die Papu sagen wenn er schon nach der Jugendwort ist das ist ein paar Wurzeln in Schildernweiß die in der in der in der Bedeutung denn stehen sie in der Stadt Romero für ich bin voller Bobo und als wenn das so gut wie ich habe es nicht mehr gekauft ich bin vor dem Bau und sich mit dem die Begründung einfach noch zählen doch und ich habe Guck mal, Murat, ich hab'n Döner! Warum hab' ich das? Warum hab' ich das? Cocktail! Was mach' ich damit? Guck mal, ich hab' mir Erdbeer-Kuchen! Ohne Erdbeeren! Alter, kennt ihr diesen TV-Total-Typen? Erdbeer-Kuchen oder irgendwie... Ne, ich mag Erdbeeren oder irgendwie sowas. Was ist das für ne' Marmelade? Erdbeer-Marmelade! Ah, ja, der Typ! Warum nicht? Oh, echt, sehr schwer! Der hat das so nur Hohenbrüder auf, erdbeer-Marmelade! Du musst wissen, du musst wissen! Ja, du musst was! Oh Mann, ja! Okay, was ist das für ne' Marmelade? Neu, 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 neu! Neu, neu, neu! Neu, neu, neu! Neu, neu! Neu, neu! Neu, neu, neu! Neu, neu! Ah, das spielt mein Laden, da gibt's sehr viele vornehmen, Özgele. Ich glaube, der hat euch linkeduell schmerzt und so Entrepreneurs einzjetzt. Und Tic fourteen! Ja, dieser, dieser Wabemann, ne, ey, der macht auch nur Headshots, der tötet nur alle, ne, ich glaub, das ist ein Hacker. Cheater! Ich bin in deinem Team und mach gar keinen Kill. Ach, du bist mein Team. Ja. Haha, ich bin besser als sie mir, auch wenn sie mir einen Kill mehr hat, als ich hat. Ja, es ist, es ist schwer, es ist sehr schwer. Ja, weil, äh, ich hab ja, ich hab ja mir so eine ganz blöde Waffe gedownloadet, wo einfach ausgeschnittene Arme aus einem anderen Spiel, äh, gedownloaden, Molitoff, wo die einfach ausgeschnitten worden sind und es sieht so kacke aus, nicht? Man kann auch gar nicht ziehen, weil dieses, weil die Waffe, weil, das, das zieht dein Rohr, das ist so klein. Leute, soll ich euch mal eine ganz traurige Geschichte erzählen? Ja. Das, das, das deine Mutter im Bett vergewaltigt wurde, ja, das ist so klein. Weil, da war einfach die ungehalte Strafe, ne, und dann kam ein Eck, wie wir da wurden, überfahren. Jiiiiiii! Ja! 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 Ja, das ist die besten Parts in der ganzen Welt! Ja, Alter! Ich kann nicht viele Beeps einbringen! Ja, irgendwie, so gesehen, so gesehen, mein ganzes Ace of Spades, Let's Play, also, das alte, neu hier jetzt ja nicht, das ist ja mehr oder weniger ein bisschen professionell, aber, aber, aber das alte, ey, Alter, wenn ihr euch, ich hab so viele Folgen noch geladen, die sind einfach so, 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 so. Niemand, niemand bietet mir aufnehmen mit Ace of Spades! So scheiße, ey, so scheiße, ey, und mein Mikro, äh, bei Part 5 oder so, ey, oah! Oh, Simi, ich weiß doch, dein erstes Minecraft Let's Play mit deinem Kack-Mikro, ey! Ja, richtig heftig, ey, ich wollte, ich wollte früher, ne, ich wollte mir, früher, ich wollte unbedingt Brick Force spielen, weil, weil so, weil, weil so ein, weil so ein, weil so ein Minecraft-Ego-Shooter und ich fand das so cool, aber ich, irgendwann konnte ich das spielen, hab das auch Let's Play, aber irgendwie ist das scheiße. Und, äh, und dann hab ich, dann, dann hab ich, dann hab ich, dann hab ich, dann hab ich Videos im Internet geguckt und so, hab GameStar-Videos angeschaut über Brick Force und, äh, Giveaway-Keys und so, weil da gab's ja nirgendwo welche, aber irgendwann hat mir einer einer geschenkt und, äh, Alter, dann, dann haben sie, äh, Ace of Spades in die Kommentare geschrieben, ja, das kostenlos, spielt das mal und seitdem hab ich das Let's Play, weil ich das auch voll cool fand. Mhm. Aha. Ja. Was ist das für eine Riesen-Mauer, was wir da gebaut haben? Wie, ja, ja, das bin ich gewesen. Ah, ganz allein, ganz allein. Oh, Mann, ändert die Waffe wieder. Die Scheiße. Leute, wenn ihr euch auch so, für uns, für die Folge schämt, dann gebt doch mal bitte einen Daumen nach oben. Oh, ja. Und so, wo? Ich geb'n Dislike. Ja? Ja, komm, wir geben Dislikes, ja, sonst habt ihr mir irgendwie... Ja, ganz viele Dislikes. Du magst dich selber nicht. Du magst dich selber nicht. Er will sehr berühmt werden. Er will sehr berühmt werden mit Dislikes. Ja. Oh, ja, geil, Dislike, damit reib' ich mich immer so ein. Dislikes, nein, Dislikes, wassup? Ich hab so'n, 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 ich hab so'n... Es hat gemeint, wer braucht immer Lagen? Siragd am Argo! WANKR! BAMPBAMÄBOR! BAMPBAMBOR! BAMPBAMJRK! BADBAMBO! ich weiß was ich weiß wie man die Kinder die müssen irgendwie ein Block von die zerstören dann kann sie die Abwandlung ich weiß er kann ich weiß er drei Granaten nicht vier auch nicht zwei und ich treffe einfach gar kein ich die Küche hat gar keinen getötet um ehrlich zu sein und die Küche ich mich einfach also mit das ist also so hoch und wenn ich versuchte wenn die Turbricht um die Bildung kaputt machen und dritte Schaden Prozent mehr Schade auf jeden Fall jetzt wo du gerade so mich in mich sagst dass ich Schaden nehme sie wie du bist einfach nur schlecht bekomme ich keinen aber dann dann aber dann aber dann dann kam so ein böser Wicht und dann hat er mich die abgeschossen und ich habe Schaden bekommen ich habe Schaden bekommen um die Lachen vor allem ich ich will auch so lachen können ich bin Prozent er hat sagt er für die 6 er hat er hat sich nicht er gibt die er hat sich immer vor dir würde immer so lachen das war eine normale Lache Warum schreibe ich irgendwelche behinderten Leute auf Skype an? Guten Tag! Guten Tag! Wenn du so behindert bist. Im Ernst. Guten Tag. Behinderte Leute mögen behinderte Leute, ist doch klar. Was? Fette Leute mögen fette Leute? Ja, das wissen wir. Das geht gut. Oh ja. Oh ja. Müsli-Angebot heute gratis. Oh ja. Ja, beim Aldi 40 Cent Müsli-Span. Geil. Äh, Simi, du gehst gleich drauf. Ich seh's. Nee, guck mal hier. 3, 2, 1. Ey, der sagt dir mir das sogar noch vor. Ich war direkt hinter dir. Ich hab aber drei Leute getötet. Drei, nicht zwei, auch nicht vier. Ich hab drei verdammte Leute getötet. Drei. Drei habe ich an der Zahl getötet. Jetzt will ich... Simi, bist du nicht auf Facebook mit Handy connected? Mit wem? Mit Handy bist du auf Facebook mit Handy connected? Weißen das. Ach ja, Simi, ich muss dir jetzt mal was Ehrliches sagen. Ja. Ich steuke dich irgendwie live. Echt? Ja. Was mach ich denn gerade? Was für ein Handy hat der? Was für ein Handy hat der? Was mach ich denn gerade? Ein Puss. Zocken. Höh. Sehen, was du eigentlich drauf hast. Scheiße. Scheiße. Wo weißt du das? Ja. Und Simi? Ja. Nimm sie doch auf. Ja. Scheiße, ey. Wo sind die Kameras? Der war... Scheiße, deswegen hab ich auch immer so Jucken. Scheiße, mein Arsch, ihr könnt ihr wieder... Ich muss mich mal kratzen. Scheiße, deswegen... Wenn ich am Scheißen bin, deswegen kommen da auch immer so Kameras-Linsen raus. Was ist denn, wie zockst du noch, äh, Star Wars? Ja, natürlich. Ich hab sehr viel geplant in Star Wars in Zukunft. Immer Star Wars und geil. Star Wars schon geil. Star Wars. Star Wars ist so geil. Das ist auch sehr feier, ist der Minecraft-Mod Star Wars. Den feier ich selber hart. Richtig. Den feier ich jetzt mal richtig. Richtig hart. Aber ich finde irgendwie, ich... Ja, ich baue gar nicht. Ja, das finden alle immer sehr... Also bevor ich jetzt die Folge beende, sag ich nochmal was dazu. Wenn da irgendein oder andere jetzt mal zuhört oder sich das anschaut, der auch den Star Wars-Mod guckt. Äh, ja, ich laufe sehr häufig durch die Gegend, aber irgendwie... Was ich sagen wollte, ich mach sehr viele Teamkills, weil immer wenn die einen Block von mir abbauen... Was soll ich denn da bauen? Ich hab mir jetzt eine neue Map erstellt, weil auf der alten waren einfach keine Gegner mehr. Und ich hab nicht mal genug Geld für ein Lichtschwert oder so und deswegen beschweren sich auch immer voll viele Leute. Ey, mach dir doch mal ein Lichtschwert oder... Sei mal geil oder so, aber wenn ich gar kein... Sei mal geil, ich bin schon geil. Wenn ich einfach kein Geld hab für ein Lichtschwert und ich... Ihr habt ja... Also ich hab so viele Gegner getötet und ich krieg einfach kein Geld zusammen. Also nicht viel und dann... Ja... Haben die irgendwie Maschinengewehr in ihren Augen oder warum? Dann gib mir mal... Ich lese alle Kommentare, dann gib mir mal Tipps, wie ich mehr Geld zusammenkriege, damit ich mir auch mal ne Waffe kaufen kann, weil ich krieg einfach nicht genug Geld zusammen. Ex? Oh. Und ich bin immer so schnell tot und ich hab einfach keine Waffe. Vemi. Ja? Könntest du vielleicht noch mal ein zweites Tropical Craft Let's Play machen, weil ich hab's echt extrem gefeiert. Also ich wollte früher mal oder später mal... Äh, früher, ich wollte später mal. Und ich... Egal, egal, früher oder später. Ich wollte mal, äh, hier, ich hatte mal, ich wollte mal so diesen Pixelmon-Mob, wollte ich mal, äh, Let's Plane. Dann wollte ich mal Dragonball-Set, irgendwie, dann wollte ich den mal Let's Plane. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas, ob ihr sowas mögt oder ob ich sowas mal machen soll. Man weiß es ja nicht. Lass ihn jetzt Play mit mir machen. Ganz im Sof. Der Typ in Ame-Bot? Ich glaub schon. Mein Server hat grad ein bisschen geleckt. Ja, okay, Leute, ich würd auch mal sagen, hier an der Stelle... Aaaaaaah! Machen wir erstmal einen Schluss. Oh mein Gott, sie bauen einen Penis. Und... Oh! Oh mein Gott! Naja. Den geb ich mir noch. Den geb ich mir noch. I, warum ist denn der da... Warum ist denn der da gelb in der Mitte unten? Oh Gott, warte, dann mach ich gleich mal weg hier. Ahaha! Voll... voll ein Loch in der... I, jetzt ist der Schwad, jetzt ist der abgestorben oder so. Ah! Das zört mich an. Dreckiger Hunde! Und das schüttelt nicht ab! Oh, warte mal, da fehlt noch was. Und der Böberchen-Penis. Blut. Nini! Und hier sehen Sie, wie Wabemar seinen Real-Life-Dingens-Gedöns selber hier in Ace of Sweats veröffentlicht. Hier an der Seite, meine lieben Zuschauer, können Sie die roten Stellen sehen, die er auch da irgendwie so hat? Hehehehe! Man... Man munkelt, Blutergüsse oder so, dass er sich an der Wand gestoßen hat. Wir wissen es nicht. Simi, wolltest du nicht die Folge beenden? Ja, okay, Leute. Nein! Ich bin im Wasser. Nein! Das macht's nicht! Ja, Leute. Oh, mich... Nein! Ähm, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr genauso hohl seid wie wir, dann könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder irgendwie einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, das war mal irgendwie eine leicht verstörende Folge, aber... Ja, so sind wir halt. Damit müsst ihr leben. Ich hoffe, dieses verfickte Internet, ey. Internet. Immer dieses Internet, ne? Immer dieses Internet. Komm, stimmen wir noch einmal rein, Simi, zum Schluss. Ja, geil. Nein, eine Granate. Ich bin auch weg. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Geiles Reinstürm, ich bin gleich mal verreckt. Nehme, ich möchte noch was sagen. Ja. Abonniert den PSFx. Lachen wir noch mal so. Zum Abschluss, lachen wir noch mal so. Das war ich nicht so, die anderen. Das war ich. Ach, lachen wir mal, lachen wir mal. Leute, Leute, und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich abonniert mich, ich abonniert mich, ich abonniert mich.